Hey Leute, was geht ab? Euer PAX United ist am Start und willkommen hier zum kleinen Sticker Album Update der WM 2014 Sticker Serie Südafrika 2010 offizielles Lizenz Sticker Album. Ihr wisst Bescheid hier, das Ganze natürlich von Panini und das Album habe ich fast komplett und ich hoffe, dass ihr mir die letzten paar Sticker ja tauschen könnt, beziehungsweise ja halt tauschen könnt. Einfach mir eine E-Mail schreiben an paxunited.gmx.de und ich würde mal sagen, zeigen wir das Ganze einfach mal. Hier natürlich die ganzen Stadien, wenn ihr die angucken wollt, drückt einfach mal auf Stop oder so. Sakumi, offizielles Mascottchen natürlich, so so so. Dann geht es weiter hier mit Südafrika, da fehlt mir leider das Team Logo hier natürlich der Spieler, der aufgefallen ist, 2010 Chabalala. Und Weltmeister, da habe ich mich letztes Mal auch mit Ben Masterful unterhalten, wer überhaupt Weltmeister 2010 geworden ist. Das ist glaube ich, Spanien gegen Niederlande war das Finale. Hier Mexiko habe ich komplett. Ich finde es einfach richtig geil, wenn man halt eine gewisse Sache sammelt und das dann voll ist und das sich dann irgendwie nach 5 Januar sowas anschaut. Und das ist einfach hier fast der Fall, weil mir fehlen noch ein paar Sticker hier. Christian Rodriguez aus Uruguay, Alvaro Pereira. Natürlich hier dann auch Frankreich mit Sidney Gowu oder Jignac. Ich hoffe mal, dass ihr noch ein paar habt. Hier Argentinien mit Higuain fehlt mir. Und Nikolas Otamendi von Nigeria fehlt mir in gar kein Sticker mehr. Hier Oberwemi Martins, der kleine Pacer. Dauer, wer ist hier noch? Kanu, ein Jammer, der richtig gute Keeper, der jetzt in der letzten Zeit richtig auffällt. Denn hier Korea, da fehlen mir ein paar mehr. Aber die Namen spreche ich jetzt leider nicht aus, weil die sind ja eh fast alle gleich, sage ich mal. Alle fast Kim, Chong, Lee, Kim, Kim, sage ich ja. Und hier fehlt mir 146, 148, 151, 153, 159 und 160. Griechenland komplett. England fehlt mir Steven Gerard und Sean White Phillips. Auch so ein kleiner Pacer. Wayne Rooney hier als ein kleiner Starspieler. Okay, kleiner Starspieler, ist ein bisschen zu wenig gegriffen. Der ist ein richtig guter Fußballspieler, USA. Mit Landon Donovan, der jetzt aussortiert wurde von Jürgen Klinsmann. Algerien mit Nadir Blatsch oder Hassan Jebda. Fehlen mir also hier die beiden. Weiter geht's mit Slowenien, habe ich vollständig. Wen kennt man hier so? Nowakowitsch, der ja bei Köln gespielt hat in der Bundesliga. Die deutsche Nationalmannschaft haben wir hier. Und schaut mal da, wen wir da haben. Tim Wiese. Tim Wiesling, The Fiesling, The Fiesling, Wiesling. Oder René Adler. Ich weiß nicht, was die da am Kasten gemacht haben. Pierre Mertesacker, Michael Ballack auch noch da. Schweini, Fantasti, Mario Gomez, Rolfes, Arne Friedrich. Westermann. Ne, den müssen wir rausreißen. Was macht Westermann da? Den müssen wir rausreißen. Ganz klare Sache. Weiter geht's mit Australien. Da fehlt mir Luke Wilkshire oder das Team-Logo. Also ihr seht, viele Sticker fehlen mir nicht mehr. Serbien mit Nemanja Navidic. Ghana. Erste Seite komplett und andere Seite auch komplett. Michael Essien, Leute, der hat immer einen Blick drauf. Ich weiß auch nicht. Schaut euch diesen Sticker an. Michael Essien. Früher bei Chelsea, heute bei... Äh... Äh, Mann. Wo spielt der? Wo spielt der? Irgendwo in der... Arzt im Mailand? Irgendwo in der Serie A in Italien. John Heitinger hier in Niederlande. Einzigster Sticker, der mir fehlt. Dann Dänemark mit... Da fehlt mir Christian Paulsen und Thomas Carlenberg. Japan, da fehlen mir ein paar mehr. Kawashima, Kono, Hasebe, Nakamura und Shinji Okazaki. Kamerun habe ich komplett mit Samuel Eto'o. Italien komplett mit der Perle des italienischen Fußballs. Zwarakwa komplett. Dann Neuseeland komplett. Slowakei fehlt mir leider der Keeper, Jan Mucham. Sonst habe ich da alle. Genauso wie Brasilien habe ich ebenfalls vollständig hier mit den Legenden. Ronaldinho, Robinho, Adriano. Ich weiß nicht. Adriano hat einen kleinen Absturz, glaube ich, gehabt hier mit Alkohol und so weiter. Deswegen spielt er jetzt, glaube ich, kein Fußball mehr. Hier Kaka, Elano, Leute. Richtig geile Fußballspieler. Oh mein Gott, wenn man hier die Sticker so sieht. Einfach genial. Das WM-Thorst ein 6-Sticker-Album müsste ich auch noch haben. Aber leider in keinen so guten Zustand. Ja. Ist halt ein bisschen schade. Korea, DPR, fehlt mir das Emblem. Dann hier Nam Song-Schol, An Yong-Hak und Yong-Tese. Yong-Tese. Elfenbeinküste. Da fehlt mir Maite oder Meite, keine Ahnung. Oder Siaka-Tien fehlt mir. Von den Portugiesen. Guckt mal, Leute, wie Cristiano Ronaldo früher noch aussah. Irgendwie so einen dicken, fetten Hals, keine Ahnung. Heute sieht er definitiv anders aus. Bruno Alves, Raul Marellis. Spanien fehlt mir das leider. Das Emblem. Und Sergio Busquets hier. Fernando Torres. Cesc Fabregas, Iniesta. Überall hier nur Legenden. Xavi Alonso, David Villa, Piol. Auch ein richtig geiler Innenverteidiger, muss ich sagen. Früher natürlich Barcelona sein Verein. Schweiz mit Tranquilo Baneta, der mir da oben fehlt. Honduras habe ich komplett. Und von Kiele fehlt mir, fehlt mir, fehlt mir, fehlt mir. Roberto K. Kerr E. Seda. Und Marco Estrada. Ja, und das war das Stickeralbum, glaube ich. Ja, sogar die Miroslav Klose Coca-Cola Sticker habe ich. Eui, eui, eui. Ich bedanke mich dann auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein paar Sticker, die mir hier fehlen. Das wäre richtig korrekt von euch. Ich hoffe, dass ich ein paar, ja, ein paar Nachrichten bekomme. Dass vielleicht einer, sogar alle davon, keine Ahnung. Es wäre natürlich richtig geil, wenn ich das Album irgendwann mal voll habe. Wenn nicht, muss ich mir die fehlenden Sticker bei Ebay oder so bestellen. Keine Ahnung. Muss ich mir noch einen fallen lassen. Aber natürlich frage ich zuerst meine Community, euch da draußen. Ich bedanke mich dann auf jeden Fall fürs Zuschauen. Haut da rein. Euer Pex United ist raus. Tschüssikowski und ciao.